Hallo, Salam alaikum. Komm mal das erste Mal. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wie geht's dir? Alhamdulillah, mir geht's gut. Erstmal, wie geht's dir so? Mir geht's super, wie geht's dir? Jetzt, wo du drin bist und gute Laune verbreiten wirst, geht's mir sehr, sehr gut, mein Lieber. Und im Hintergrund passieren sehr laute Dinge. Ja, ganz genau. Hör mal zu. Coach Frankie. Ich bin echt glücklich. Ich bin das erste Mal mit dir im Stream. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich freue mich sehr auf diesen Moment. Ich habe mich sehr lange auf diesen Moment gefreut. Und... Gott sei Dank bin ich da keine Frau, dass du mich beleidigen kannst. Okay, das war dein erster Spaß. Das ist nicht schlimm. Das kann ja einfach nur Spaß sein. Mir macht sehr viel Spaß. Dein Internet... Du hast schon den Kopf hier... Ey, ganz kurz, bin ich da nicht... Man hört dich... Okay, warte. Ja. Hörst du mich besser? Ja, jetzt... Warum ist es jetzt besser geworden? Äh, mobile Daten! Warte mal kurz. Du redest wie ein Wasserfall. Das hört nicht auf. Dein Internet ist sehr, sehr miserabel. Wie mein Empfang ist schlecht. Es kann nicht sein, dass mein Empfang schlecht ist. Jetzt ist mein Empfang gut. Ähm, ja. Ist mein Empfang gut oder nicht? Ähm, ja. Ist mein Empfang gut oder nicht? Ich danke dir. Ich danke dir mein Freund. Leg doch dein Handy auf deine Fritzbox. Nein, nein, brauche ich nicht auf meine Fritzbox legen, mein kleiner Freund. Warte mal kurz. Ich muss kurz was machen. Ich muss kurz was machen. Ah, einen Moment. Ich will dich kurz was fragen, okay? Ja. Ich freu mich. Also, ich hab... Ich bewundere dich. Weil ich hab, bevor ich mit TikTok angefangen hab, hab ich immer deine Murmel, deine Glatze betrachtet und ich fand das immer sehr, sehr witzig, was du gesagt hast. Und, äh, komm, gib mir ne Faust, Digga. Brüder, halten doch zusammen. Denkst du, bist witzig oder was? Komm. Denkst du, bist witzig oder was? Komm, Digga. Komm, sag doch mal, was ist denn dein Content? Dein Content ist doch... Frauen kommen rein, fragen dich, kannst du mal ihre Fitness fahren, du schreist sie an, sag doch mal dein Content. Dein krasser Content, hä? Geh doch mal mit einem Mann so. Kannst doch mit Männern so reden oder nur mit Frauen. Ja, normal, natürlich, natürlich, aber... Liegst du denn jede Frau, wenn die eine Frau bitte rein? Mach mal deine stinke Hand runter. Brüder fürs Leben. Wir sind keine Brüder. Definitiv sind wir keine Brüder. Definitiv nicht. Okay? Also... Erzähl doch mal. Nein, ich rede jetzt, Prinz Schlange. Hör mal zu jetzt. Okay? Sag deine Sache. Warum kannst du mit einer Frau nicht vernünftig reden, wenn sie dir eine vernünftige Frage stellt? Also... Ich... 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 Du... Du bist doch auch ein Mädchen und du redest mit mir anständig und nicht mit dir. Bist du wirklich? Sag mal jetzt. Warum? Es kommt eine Frau rein. Sie fragt mich ganz normal was und der Coach schwenkt, weil er ein bisschen Bart hat. Bisschen hier, ein bisschen da was hat. Macht einen auf groß. Warum? Sag doch mal. Ja. Also... Allein herzlich in den Chat rein. Wenn ihr meint, dass ich mit den Frauen sehr gut umgehe, solange sie sich wie Frauen benehmen. Also wenn sie Respekt haben. Zum Beispiel haben wir letztes Mal eine Mutter drinne gehabt, die hat nebenbei ihren Kinder geschlagen. Äh... 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 Ich weiß nicht, ja... Irgendwo... Eine Frau ist wie eine Blume. Wie eine Wedding. Willst du meine Nachbarin sehen? Die ist 240... Ich will deine Nachbarin nicht sehen. Niemand will deine Nachbarin sehen. Okay? Ich sag deine Sache, du bist vielleicht cool. Du bist wunderbaruisam. Aber bei Frauen... Eine Frau fragt ich ganz normal... Hi Frankie guten Tag. Blablabla. Und was machst du? Was machst du? N-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay-ay. Okay, also, du bist gegen mich, oder? Definitiv bin ich gegen dich. Definitiv. Okay, also dann sind wir keine Brüder. Ganz kurz. Ich zeige das. Bleib dran. Bibel, bleib dran. Verbindungsproblem Deine Verbindung ist sehr schwach. Wie meine Verbindung ist schwach? Wie? Das kann ich selbst bei Verbindungsproblemen. Deine Verbindung. Bro, du hast iPhone X. Du hast iPhone X. Jetzt hörst du mich besser? Ja, hast du jetzt ein iPhone 11? iPhone 14. Jetzt musst du mich hören. Jetzt gibt es nicht. Drei Balken. Alles stimmt jetzt. Bro, du hängst. Ey, du Erdbeere, du Erdbeerfeil, was du gerade essen tust. Du lügst gerade. Ich bin... Was redest du gerade? Ey, laber. Alle sagen gerade, man hört mich. Lass dir immer zu, Breen Schlange. Du gegen mich. Klasse gegen Breen Schlange. Komm. Komm, zeig mir deine Leute. Komm, zeig mir deine Leute. Komm. Also, was willst du? Wenn du verlieren solltest, entschuldigst du dich im Namen von Coach... Coach Frankie bei allen anderen, die bei dir drin waren. Ja, du entschuldigst dich. Ganz einfach. Decker, besorg dir mal. I'll do this talk. Ey, warte. Er nimmt mich. Komm ich gerade totes. Ich schwöre bei Gott, ich hab gutes Internet. Ich hänge nicht. Warum lügst du, Junge? Hier, ich geh sogar jetzt hier laufen. Nein, du hängst. Ja, okay. Jetzt häng ich? Häng ich oder nicht? Äh, du bist häng...